Nein, 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 nein! Du bist hier! Hallo, hier haben wir küssten unter dem Drehzeit. Wir gucken aber auf Brust im Kanal. Ihr habt Freunde nachdem wir uns heute für ein kleines Fluffing-Game. Nein, 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 nein. Heute fangen wir zusammen mit Five Nights at TiagoFuzz. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein! Mami! Mami! Was? Ist das? Willkommen? Ist das von demselben... Was? Lavabto? Was? Jetzt gesperrt. Ah! Das Tür zu machen. Willkommen. Ah! Warte mal, das ist Badezimmer. Ah, das ist Esszimmer. Really? Really? Woher soll ich... Woher soll ich jetzt wissen, was was ist? Ich... Es ist aber noch ne Demo. Die sind ja noch... Zwei, vier, sechs. Die se... Einer fehlen. What? Das ist selbstverbrech... Stopp, stopp! Seht ihr ihn? Er kommt hier. Der ist draußen. Get off, get off, get off, get off! Really? Scheiße, die waren dann. Woher soll ich jetzt wissen, wo jemand wo ist? Ah, ah! Ah, no! Benvenito! What the fool! Das ist so great! Leute, wie kann man es nur aus so verrückten Spiele machen? Das ist... Really? Das ist der Hammer, oder? Leute, es ist... Ich kack mich gleich ein, oder? Aber... Aber geil! Ich finde solche abgedrehten Spiele einfach mega geil! Obligado! Kein Deco! Das ist... Really? Ah, andale, andale! Viva la muerte! Wir haben schon 2 Uhr! Ich leb noch! Die Musik! Yo man! What? Wenn ich wüsste, wo einer kommt! Sie kommen aber immer näher, oder? Die... 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 Das finde ich ja cool, ne? Es ist immer... Was ist das? Der Wollepop ist... Close? Was ist das für ein Scheiß hier? Muerto! Es passiert ein paar da... Oh... Ist sie gestorben? Also, er kommt hier zuerst... Zuerst kommt der Schreck! Wir müssen also den Schreck mal im Auge behalten, wo sich der Schreck aufhält. So um 2 Uhr! Leute, auf was für... Auf was für Ideen die Leute kommen! Muss ich mir vorstellen! Aber cool! Not bad! Schrecklich ist er noch da! Wie abgedreht! Schrecklich ist er hier! Cochina... In der Küche... Ich weiß halt nicht... Wo jetzt... Weil... Ist so abgedreht! Weil ich die Tür zu machen muss! Wieso ist er hier? Was macht er hier? Wieso was? Ich mach einfach die Tür zu... Mach einfach die Tür zu... Mach einfach die Tür zu... Tiro, 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 Tiro! Es ist... Wo ist denn der Schreck? Der Schreck war doch vorhin hier, ne? Ich mach... Ich lass einfach alles zu... Da komm's nicht mehr rein... Nur er ist halt da drin... Das blickseht sich absolut gar nicht mehr... Aula! Zwei Uhr! Boah, schweck ich mich selbst! Die zwei sind wieder da! Da schreit doch alles zu! Ganz einfach, ganz easy, oder? Wenn er weg ist, dann müssten eigentlich... Ich glaube, wenn sie alle hier sitzen... ... ... ... ... ... Er geht nicht! ... 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 jesus christ warum stehen die zwei hongster drin warum ich wollte gerade zu machen ich wollte gerade zu machen was passiert wenn ich gehe zurück ja freunde das war die demo von 59 ich bedanke mich bei euch fürs zusehen ich freue mich wenn ihr wieder einschalten bitte bewertet doch dieses video schreibt was in die kommentare und falls ihr noch kein abo habt abo nur aufs köpchen drücken press den hitbutton und subsribe mein channel ansonsten genießt das leben und schaue live habt spaß miteinander verhauten bis zum nächsten mal ich sage schön mit euch und fing an die rotzei rostig rennen salü ich kann ihn da mami 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 johann